Prinz Harry scheint ins Trudeln zu geraten, als er versucht, seinen Ruf inmitten einer Reihe von Fehlschlägen in der Öffentlichkeitsarbeit zu retten. Während sein Bruder, Prinz William, mit seiner Rede vor der UN-Generalversammlung für Schlagzeilen sorgte, fand sich Harry als Redner bei der Clinton Global Initiative wieder, kaum ein entsprechender Ernst. Man kann nicht anders, als sich die Frustration vorzustellen, die sich in Harry zusammenbraut, als ihm klar wird, dass die Welt ohne ihn weitergeht und er mit den armen Fruchteln und einem Publikum, das sich mehr für die Vorspeisen als für seine schweifenden Gedanken interessiert, einen Wortsalat liefern muss. Harry betrat am Dienstag die Bühne in New York und erklärte, dass wir uns mit der allgegenwärtigen Bedrohung befassen müssen, die die Online-Welt für Kinder darstellt. Er warnte, unsere Kinder können es kaum erwarten. Dieses leidenschaftliche Blatt-Valier wirkt jedoch ein wenig ironisch, wenn es von jemandem kommt, dessen eigener digitaler Fußabdruck oft für Aufsehen gesorgt hat. In einer Welt, in der soziale Medien über einen Ruf entscheiden oder ihn zerstören können, wirken Harrys jüngste Bemühungen, sich als Vordenker zu positionieren, weniger wie echte Besorgnis, sondern eher wie verzweifelte Schadensbegrenzung. Da trat Prinz William auf den Plan, der nur wenige Stunden nach Harrys Sternstunde eine überzeugende Videobotschaft an die UN-Generalversammlung überbrachte, in der er die Staats- und Regierungschefs der Welt aufforderte, Frieden mit der Natur zu schließen. Im Gegensatz zu Harrys hektischen Bitten sprach William mit ruhiger Autorität über die existenzielle Bedrohung durch den Klimawandel. Wir leben im Widerspruch zur natürlichen Welt und sie gerät unter dem Druck unseres Handelns ins Wanken, erklärte er und sprach mit einem Gefühl der Dränglichkeit, dass Harrys Rede zu fehlen schien. Die Royal-Kommentatorin Kinsey Scofield brachte es perfekt auf den Punkt, als sie feststellte, dass Harry und Meghan Markle danach eine Reihe schlagzeilenträchtiger Misserfolge verzweifelt versuchen, ihr Image wieder aufzufrischen. Mit Netflix-Projekten, die wie eine flüchtige Sommerbrise kamen und gingen, befindet sich das Paar in dem, was Scofield als Flop-Ära bezeichnet. Harrys Versuche, die Rolle des angesehenen Vordenkers zu spielen, wirken vor dem Hintergrund seiner und Megans Fehltritte holen und lösen beim Publikum, das sie unbedingt beeindrucken wollen, eher gelächter als Respekt aus. Harry und Meghan hatten Schlagzeilen vom Rolling Stone Magazin bekommen, dass sie sich in der Flop-Ära befänden, witzelte Scofield. Was haben sie seitdem erreicht, das greifbar ist? Eigentlich nichts. Obwohl Sparer ein kommerzieller Erfolg war, scheint es Harry eher zu einer Pointe als zu einem Prinzen gemacht zu haben. Während William den UN-Führern eine ernste Botschaft überbrachte, war Harry damit beschäftigt, bei der Clinton-Veranstaltung sein Gespür für das Dramatische unter Beweis zu stellen. Das Nebeneinander der Engagements der beiden Brüder könnte nicht auffälliger sein. William forderte dringende Maßnahmen zum Schutz des Planeten, während Harry mit den Armen wedelte und dabei an ein frustriertes Kind erinnerte, das sein neuestes Kunstprojekt erklären wollte. William spricht vor der UN-Generalversammlung, während Harry bei einer glitzernden Wohltätigkeitsveranstaltung von Hillary Clinton spricht. Das bringt es auf den Punkt, könnte ein Beobachter sagen und den klaren Unterschied in Zweck- und Zielgruppe hervorheben. Harrys Bestrebungen, ein Vordenker zu sein, stoßen auf kollektives Augenrollen. Kann ihn schon ernst nehmen, wenn er bei einer Wohltätigkeitsgala eher wie ein königlicher Gefolgsmann wirkt als wie ein echter Befürworter des Wandels. Harrys jüngste Eskapaden haben bei vielen die Frage aufkommen lassen, ob er wirklich zur Selbstreflexion fähig ist. Kann ihm jemand sagen, dass es nicht funktioniert? Beklagte sich ein Kritiker. Er hält nur aufgeweckte Reden über Themen, von denen er keine Ahnung hat. Es ist kaum zu glauben, dass Harry glaubt, dass diese oberflächlichen BR-Übungen die Kluft mit der britischen Öffentlichkeit irgendwie schließen oder die Art und Weise, wie er seine Familie, insbesondere die verstorbene Königin, behandelte, auslöschen könnten. Während er versucht, von seiner Rolle als rebellischer König zu einer Stimme der Vernunft zu wechseln, scheint es, als hätte sich Harry verirrt und seine Glaubwürdigkeit gerät ins Wanken. Die Vorstellung, dass er ein angesehener Vordenker werden könnte, fühlt sich eher wie ein Wunschtraum als wie eine erreichbare Realität an. Der Sprichwort sagt, man kann keinen Scheißhaufen polieren, und Harrys jüngste Bemühungen scheinen nichts weiter als ein Versuch zu sein, seiner schwindenden Bedeutung einen glänzenden Anstrich zu verpassen.